Der Fahrer ist aus Richtung Regensburg gekommen, durch den Weiden gefahren. Er ist kurz nach der Ausfahrt Regenstauf von der Fahrbahn abgekommen, hat sich zur Seite gelegt. Der Fahrer war wach, ansprechbar, wurde durch die Windschutzscheibe vom Fahrzeug heraus gerettet. Das Fahrzeug ist dann gesichert worden durch Seilwinken von der Feuerwehr Regenstauf und Lappersdorf und wird jetzt durch die Firma Hofmeister abgeschleppt. Nö, es ist kein ungewöhnlicher Unfall, das haben wir öfters hier im Bereich. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Weil der Fahrer hat schon Glück gehabt, dass er sich in dieser Sicht nicht überschlagen hat. Also diese grünen Bebauung hat ihm da quasi schon ein bisschen das Leben gerettet.